Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Heute möchte ich euch etwas erzählen über die neu gestaltete Sperrmüllaktion. Es gibt nun im Zuge des ersten Grazer Herbstputzes auch die Möglichkeit für euch, im Norden von Graz bei der Firma E-Gartner euren Sperrmüll zu entsorgen. Jeden Samstag im November in der Zeit von 9 bis 17 Uhr könnt ihr zu den gleichen Konditionen wie in der Sturzgasse euren Sperrmüll entsorgen. Danke!